Hmm, Metal-Leute, Serblin hier. Heute geht's mal drum, dass es überhaupt eigentlich, rein softwaretechnisch gesehen, mittlerweile nichts mehr kostet, irgendwie ein Creator zu werden auf YouTube oder was weiß ich, was auch immer ihr benutzen wollt, wie Vimeo oder so ein Scheiß. Ne, es ist halt mittlerweile einfach, alles ist kostenlos. Du willst deine Stimme aufnehmen? Audacity. Du willst irgendwie deinen fucking Bildschirm aufnehmen? Windows hat mittlerweile selbst Aufnahmeprogrammer. Du willst ein Video schneiden? Glückwunsch, benutzt DaVinci Resolve 16. Du willst Bilder bearbeiten? Gimp. Es ist mittlerweile einfach krank. Alles ist einfach kostenlos und trotzdem heulen immer noch Leute rum, dass es so schwer wäre anzufangen mit YouTube. Es ist halt einfach so traurig, dass so viele Leute einfach... Ihr habt mittlerweile alle Möglichkeiten, die ihr jemals brauchen könntet. Alles ist einfach kostenlos mittlerweile, was ihr braucht. Ihr kriegt kostenlos ein Schrittprogramm, ihr kriegt kostenlos alles hoch und arschisch hoch. Das Einzige, was nicht kostenlos ist, ist euer fucking Laptop oder euer fucking Mikrofon. Und selbst mit einem fucking internen Mikrofon kann man halbwegs gut einen Sound darstellen. Also ich verstehe einfach nicht, woher das kommt, mit dem YouTube zu machen wäre schwer. Du kannst mittlerweile selbst auf deinem Handy ungefähr ganz okay fucking Videos schneiden. Also, keine Ahnung, ich wollte eigentlich immer drüber reden, dass ich es irgendwie super seltsam finde, wie viele Leute sagen, dass es übel zu schwer wäre, mit YouTube anzufangen. Und ja, keine Ahnung, es ist irgendwo relativ dumm, wenn man sowas denkt. Also ja, danke fürs Anhören, bleib toxisch, deabonniert mich, disliket mich, entbimmelt die Glocke und jetzt... ...rund vor meinem Rasen, ihr Hurensohne. Und ich sag das leise, weil... ...keine Ahnung, es fackt anscheinend ein paar von euch ab, wenn ich schreie. Also ja, hau da rein. Also ja, hau da rein. Also ja, hau da rein. Vielen Dank.